Ey, Gymnasium! Willst du den Gets-to-Fight-Fühl-Scheiß-Einwurf? Die Wohlfühlkomödie des Jahres. Wat ne geile Gegend. Nach dem Bestseller von Frank Osten. Wat is'n hier los? Wann waren Sie zum letzten Mal vollkommen nüchtern, James? Da war ich elf. Ich will clean sein, ich will wieder richtig leben. Ich glaube, das ist eine letzte Chance.